Hallo, hier Darksaber und Buddy ist auch wieder dabei. Ich weiß immer noch nicht, wo wir es hinschmeißen. Vielleicht machen wir es einfach bei beiden Reihen. Das andere war die Qual der Wahl der Zocker. Naja, die Qual ist es ja schon bei den Spielen. Oh ja, mit diesem Kameradackel ist es definitiv eine Qual. Okay, wir haben einen Schlachtplan. Der sowieso nicht aufhielt, aber wir versuchen es. Ja, mal sehen, was so für Steine rollen werden. Wir tun den erstmal hier runter. Aber erstmal hier so der Plan. Und zwar wollen wir das vervollständigen. Haben wir genug eigentlich da. Also wenn das jetzt klappt, kriegen wir den hier runter, haben den Platz frei für den blauen, den wir dann hier rüber schmeißen. Dann können wir das direkt vervollständigen. Das wir die hier haben. Dann könnten wir theoretisch das hier auch vervollständigen. Wie wir in welcher Reihenfolge machen, das werden wir gleich sehen. Also nur zieh den Stein. Lass mich doch erstmal zu Ende erklären. Nein, ähm, folgendes. Der Tauter sowieso, beim nächsten Zug haut das schon wieder nicht hin. Dann kannst du das schon wieder über Bord schmeißen. Bitte wegschmeißt, ne. Seht man doch auch. Moment. So, äh, ja. Nur zur Sicherheit. Das ist aber, dass es klappt. Ähm, ja. Das hier würde ich halt gerne vervollständigen. Weil sind ja genug Steine dafür. Das weiße. Ob es nur klappt, werden wir dann sehen. Ja, darum mach jetzt endlich, dass heute noch die Entscheidung kam. Weil spätestens in zwei Minuten kann ich schon wieder über Bord schmeißen. Ja, das kannst du später machen. Okay, wir haben noch mehr Varianten. Überall, äh, äh. Das mach ich dir gerne weg. Mach mal erstmal. Okay, ähm, da wir so viele davon haben. Wir schmeinen. Das hier geht jetzt auch schon wieder nicht auf. Aber jetzt den hier am besten. Ach, nee, der zu. Aber wieso kannst du eigentlich den Orang schon da hin? Ich glaube, das Stück darunter, das durften wir noch hinbekommen, oder? Ähm, na, ich würde gerne das hier schon wegmachen. Weil wir haben hier auf beiden Seiten offen. Ja, dann nimmst du den blauen und schieben in der Ecke. So oder so hat es funktioniert. Ja, ne. Bloß das, was du schon wieder ausgearbeitet hast, konntest du schon alles wieder in die Tonne drehen, ne? Ach, was soll das? Eine gute Planung ist besser als keine. Ähm, das da ist im Weg. Hier können wir noch. Machen wir mal. Okay, so jetzt auch. Ich wollte halt eigentlich stehen hier nehmen, aber... Naja, dann muss es halt so gehen. Oh ja. Wird doch langsam. Erkanntest du ja auch den Weißen, äh... Ich wollte erst mal das machen. So. Ähm, weiß haben wir hier zum Beispiel noch... Hey, ich würde gleich unten reinschieben. Nee, das ist eigentlich in der Nähe. Da, siehst du. Manchmal jetzt auch einfach so auf. Hopp. Ähm, haben wir hier... Hier haben wir auch nochmal rot. Warte mal. Machen wir's anders. So. Ähm, dann... Oh Gott, bitte. Bitte Klappe. Bitte. Dann machen wir das. Dann machen wir das. Dann machen wir das. Dann machen wir das gelbe. Hier. 3, 1, low. Das habe ich gerade so... Gerade gesehen gehabt, das gelbe. Und dachte ich so... Schlick's mal ein bisschen zu. Ja. Ähm, machen wir das. Jetzt ist der Rot am Weg. Hier. Naja, oder nimmst du erstmal den Orangenen raus. Den Roten kommen wir ja dann immer noch in die Ecke unten. Damit es ist endlich mal weg ist. Ich hatte den Grün oben rechts auch noch nehmen und zu den Sperrenfragen. Hm. Ups, nein. Das weiß ich nicht. Nein. Entschuldigung. Sorry. Sorry. Ähm. Oder du schiebst den Weißens erstmal da oben in die Ecke rein. Was letzten davon? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Äh. Noch eine Idee. Mach das hier. Mach das hier. Okay, ich hätte das dann noch in den Nehmen können. Hm. Dann machen wir das hier weg. Und dann können wir... Ja. 3, 1. Hm. Okay. Nächster Plan. Warte mal hier haben wir noch Blau. Ich habe mal die Roten. Ja, Blau kannst du ja jetzt da erstmal ranstecken. Jetzt haben wir hier Grün. Na, nimm den Grün und krach den da rein. Warte. Nur zur Sicherheit. Ja, besser als das Mal bei unseren Spielerglück. Okay, dann mache ich mal den hier rüber. Also das ist das Beste, was man eigentlich machen kann. Dass man bei einer Reihe, die noch nicht ganz vollständig ist, immer das nimmt, was am weitesten weg ist. Wie zum Beispiel hier. Aber da kann... Komm, ich gehe jetzt einfach davon aus, nicht so viel passieren, wie bei dem, was... Jetzt bei dem hier ist. Also das, was immer ganz nah dran ist, das haut man einmal quasi zum Schluss rein. Weil da ist die Chance... Okay, die Chance ist gleich, aber es ist die gefühlte Chance, dass dann da eher weniger passiert, als bei einem Weg, der sonst wie weit weg ist und sonst wie viele Pferde zugestofft werden können. Es ist besser. Also machen wir das einfach mal. Eine Rede kurzer Sinn. So kann aber trotzdem natürlich schief gehen. Aber nichtsdestotrotz, ich könnte trotzdem hier zusammenhauen. Ja. Ach, oder so. Ach, oder so. Ja, siehste. So. Habe ich das auch in die Wecke? Das hat mich schon die ganze Zeit genervt. Ähm, ich hau mal... Ja. Ach Gott, das kann so schief gehen. Das geht auch schief. Ja. Oder schiebt er es mal... Das ist jetzt der Rosilko reich. Aber... Es hat sich gewohnt. Puh. So, dass die Weißen schon mal zusammenschieben. Genau. Äh. Ja, die Roten werden jetzt auch schön, aber das ist gerade sehr, sehr schlecht. Äh. Komm, es bietet sich gerade so schnell. Ah, es ist es. Hier, hier, hier. Ähm. Wohin packen wir was? Schieb den noch einfach erstmal hier ran. Weil Orange schnecke ich mal jetzt vieler. Die kriegen wir gut in der Reihe. Hm. Ja. So, den schiebste hier ran. Nein, den... Was soll ich daran? Ja. Ach so, so, du meinst quer. Ja, das war klar. Ja, ja, aber... Äh, man, ich würde das hier gerne zu sein. Oder da... Prüste. Geht auch. Ähm. Warte. Ist jetzt nur so ein Gedanke? Komm, Scheiß drauf. Das muss jetzt einfach klappen. Warte, warte. So. Ähm. Dann hier haben wir auch noch. Dann... Das wird jetzt so mies. Hier. Na, ich schieb erstmal den grünen weg. Hm? Da an der Seite mit dran. Warte. Äh. Okay. Okay, okay. Das gibt es für den Sprung. Aber... Passt doch. Oder soll ich... Nimm einen von denen, die ich liegen will. Okay. Weißt du was? Ja, wir schieben jetzt hier und Mario noch. Bäh. Okay, wir können noch mal wenigstens erklären. Ähm. Dann hat er den Orangen ja hierhin schieben. Ich habe gerade noch was gesehen. Moment. Und das weg. So, jetzt wieder das gleiche Prozedere. Und zwar... Wenn du den Orangen machst, ist es liegen hier weg. Da ist das Risiko gehen. Nein. Ich hasse es. Okay, okay. Okay, meine Damen und Herren. Nein. Okay, jetzt bitte stille. So, jetzt. Jetzt, jetzt. Also, folgendes. Jetzt nur noch mal, um es richtig erklärt zu haben. Ähm. Hier haben wir wieder das gleiche Prozedere. Das ist am weitesten weg von dieser Linie. Und das hier ist am nächsten. Jetzt müssen wir natürlich sehr viel Pech haben, dass da genau hier ein Stein reinkommt. Das wird bestimmt passieren. Bei deinem Flug ja, weil du immer Sachen... Also, du musst dich erst schon gleich enttäuschen. Das funktioniert nicht mal mit dem Stein, den du hast. Okay, dann nehme ich halt den hier. Ja. So. Aber es hat diesmal mal geklappt. So. Und dann immer das, was am nächsten ist. Das war ja gerade perfekt gewesen. Ähm. Das hier. Ja, das passt für den Mann überhaupt nicht zusammen. Doch, das passt. Das hier. Und dann. Oder. Ja, eigentlich ist es... Die Warte, man schiebt ihn doch dahin und den... Also, ich gehe ab jetzt ganz wenig hoffen, dass der da, äh, verkackt ist. Also, ein bisschen Glück, hoffe ich, dass du immer dabei. Ja. Oh, wie habe ich jetzt zum Beispiel auch nicht gesehen? Ähm. Geh dich ein, Kamerab. Beim nächsten Mal schreibt mir das aus. Äh, das hat er ziehen lassen. Äh, das... Ich hasse das System. Du hast es unten aber noch einen. Ah, gut. So, ähm. Ja, nimm den und schieb erstmal daran. Warte, 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 hier. Bitte. Äh. Manchmal funktioniert es auch. Ja, 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 ja. Also, irgendwie müssen wir jetzt Lila wegkriegen. Lila ist ja auch ein... Ja, ist ziemlich, ähm, füllig. Ich wusste jetzt keiner anderes Wort dafür. Also, was hältst du davon, wenn man jetzt den nimmt, den da hoch und plaudern hier unten dann erstmal sortiert? Hm. Lass mal den hier hoch. Ah, ja. Gut. Irgendwie schaffen wir das schon. Ähm. Dich... Hier hin. Darf ich kurz noch mal brechen? Jetzt, wenn wir gelb, erstmal hier unten ran voll, aber die so schräg kann, kriegt man dann brauchen wir hier bloß noch eins. Wenn wir den da ran, da hast du den frei. So, ja. Und hast gleichzeitig genug Platz, um deinen grünen Darlang zu rangieren. Nee, den anderen... Nee, doch den nehmen. Könnte alles nehmen. Hä, das ist eigentlich viel Sprung, fast. Äh, freie Entscheidung, dann mach. Hat sie gehabt. So. Äh. Jetzt kannst du den grünen schon mal hier rüber schieben, zu den blauen. Ich hab da erstmal was anderes vor, weil das sich gerade schön anbietet. So. So. Ähm. Blau... Schimiere. Oder da, ja, 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 perfekt. Nein. Ja. 2... Nein. Rot, rot, rot würde ich auch hier funktionieren. Na, versuchst du, ein roter kommt dann noch also. Nimm den. Gut, deine... ...lackert den anderen. Na Gott, ich hab hier... Er soll einmal, würde ich gerne das hier machen und einmal das hier... Dann schieb das noch orange zusammen. Schmeißen. Die Sohn steht schon gut. Aber noch eins. Ähm. Ähm. Äh, jetzt kann ich nichts von dem Herzen machen. Sehr schön. Äh, ne, warte, 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 warte. Ähm. Schieb doch den Meißen da hoch. Da hast du zumindest die Wahrscheinlichkeit, da neu hin dazu zu bekommen. So. Ja, schade. Moment. Na, weißt du was? Ja, aber das ist jetzt nicht so das Problem. Ja, das ist jetzt nicht so das Problem. Das ist jetzt nicht so das Problem. Ja, das ist jetzt schon so. Ja, das ist jetzt nicht so. herrung muss sich gründen das so ja immer solide zu fest die politik also kann zeigen die stehen schon mal hier ein dann gerade noch was anderes am plan hier so dann kann man das ganz gemütlich hier hatte den in blauen ja auch schon da rein versenken oder nimmst den von da oben außen da ist am rande den können immer verwenden also nach der folge wenn wir erst mal vielleicht machen wir doch noch was ganz kurzes mal schauen dann fährt mir doch das hier ein aber ich sehe schon wieder sonst wieder möglichkeiten schiebt man den grünen von da oben schon mal runter machen wir jetzt die weißen ok das hätte das funktion man immer kommen neue möglichkeiten er ist dahin und denke wer wer uns da oben blockiert der grünen damit er denn die haben noch eine minute ja das muss es bei schnellen entscheidungen also was wir wollten haben wir denn wir haben gelb also sechs bringt haben zwei über das orange kriegen wir nicht wirklich irgendwo hin das wird auch nicht besser ich würde am liebsten das weiße direkt hier hochfragen aber er sieht ja nicht ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ähm komm geht darauf ok ähm blau 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 geht es jetzt dichtes hier ist das bringt auch nichts aber schiebt doch den ja im ersten mal darunter haben wir schon da haben wir schon wieder drei zusammen ja naja scheiße jetzt ist hier der blauen weg ähm ähm emden spannend oder schiebt doch den er hier hoch schon mal dann hatten wir hier mit etwas können ja wir haben aber auch dass wenn das hierhin tun dass dahin tun oder ich weiß nicht mehr aber da haben wir noch drei kommt macht das machen wir geben euch ein bisschen auf das ist jetzt das ist eine einheit bildet aber wohl mal den lilanen schon runter schieb den mal dahin natürlich nicht gut ich würde sagen wir beenden ist an der schose dies war es erstmal von paar feiner ich wir können das jetzt bis zum schluss machen aber auch mal was anderes machen ja wir sind sowieso das mit konzentration durch im hintergrund wenn man das jetzt schnell beenden das spiel oder komplett vergeigen schauen wir dann mal das seht ihr nicht mehr ja wir könnten das noch mit ranschmeißen aber ich persönlich habe jetzt auch nicht mehr die geduld dazu dann ich denke wir können jetzt noch was machen aber nicht dass das ist zu langweilig wie es gibt noch eins das das ist hat eine karen zeit dass das schien wir noch einmal rein und dann müssen wir sowieso uns wieder losgehen und so weiter ja aber schon mehr so ok ja das ist schon relativ spät hier ja ich habe auch auf meinen tarot deswegen also das hier werden wir jetzt erstmal beenden dann machen wir noch eine folge und dann naja du sitzt du mal so passend da was soll ich denn da machen dies war es erst mal von dieser folge von paar feiner zwitsch 3d ja so ein paar gelegenheitsspiele sind da halt ganz zwitsch 3d drin macht eigentlich immer wieder mal so zwischendurch auf jeden fall laune aber wenn ich gerade tonprobleme hat ist sowas eine variante und buddy bis dann